Hallo meine lieben Leute, ich weiß heute schon ein Video bekommen, aber das Video fand ich jetzt nicht so gut und darum heute jetzt auch mit Intro und jetzt auch mit dem Video. Viel Spaß! So, das war's aber neben mir das auch zum allerersten Mal. Ihr könnt jetzt arbeiten, ich werde jetzt noch ein Video haben, mit Online-Aktikon auf jeden Fall. Ihr müsst, wenn ihr auf das Video nachdenkt, klickt und telefoniert. Ihr müsst dann gucken, dann drücken, mit der rechten Maustaste. Dann ist es jetzt schon für die Richtung. Dann fliegt ihr drauf und dann seid ihr schon da. Ähm, ja. Dann, ihr könnt ihr einfach nicht nutzen. Ja. Das ist ein Video. Warum steht die Buch um Werbung? Weil, das ganze Video wird unterstützt vom Vino-Dienst. Danke nochmal, Vino-Dienst. Und am Face-Empfang, dass ihr das Video, also die Server, also die Server, also die Server, habe ich angemeldet beim Vino-Dienst. Einmal für den Moment, doch ich schlaufe, nur auf den unterstieg in Karten, oder die Server, dann geht es weiter. Oh, ja, in der� Survey uns erst einmal auf den Internet Thanh. Jungs jetzt. Ihr müsst, ja… Das war's auch mal für die brownische Vertreter und glaube, es gibt bei euch. Oh, ja. Das geht mir gleich weiter. Und wenn ihr keine Lust habt, dann kommt einfach mal auf den Minecraft-Server mc.net. Äh, okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf Minecraft-Server.